Herzlich Willkommen liebe DeFi DJs und Yield Farmer Chats zu meinem Sonntags Livestream über DeFi und professionelles Yield Farming und vielen vielen Dank dass du dich entschlossen hast meinen Stream einzuschalten am heutigen Sonntagmorgen. Ich habe ein Thema vorbereitet über das ich ganz gerne sprechen würde es wird heute also etwas anders als sonst und zwar geht es mir um die Frage wo stehen wir eigentlich jetzt im Markt meine Einschätzung meine persönliche Einschätzung und natürlich auch dann ganz kurz mal beantwortet was mache ich jetzt ich habe nämlich den Eindruck dass sich der Markt etwas verändert hat wir haben ja jetzt vor zwei Wochen zwei größere Dumps erlebt wo der Markt um 15 bis 20 Prozent jeweils runtergegangen ist und dann haben wir Anfang dieser Woche eine Rallye gehabt die eine Kurs Rallye gehabt quasi durch den ganzen Kryptomarkt wo wir mehr oder weniger das gesamte verlorene Territorium schon wieder fast wettgemacht haben Ethereum zum Beispiel hat ja auch diese Woche wieder einen Alltime High erreicht der die beiden Dumps sind ja passiert als Ethereum davor einen Alltime High erreicht hat und jetzt ist Ethereum quasi höher als bei den Alltime Highs die zum Dump geführt haben da ist also jetzt mal genaueres Hinsehen gefragt mehrere Alltime Highs in zwei Wochen das ist bei Ethereum schon lange nicht mehr vorgekommen eine echt besondere Situation und das führt bei mir so ein bisschen dazu dass ich jetzt also glaube wir kommen hier allmählich in einen in eine Phase in den Markt die auch noch eine andere Strategie erfordert darüber möchte ich jetzt gleich sprechen und bevor ich jetzt quasi auf den Kryptomarkt eingehe möchte ich jetzt erst mal hier oder muss ich leider hier erst mal wieder einen Gaul reiten der von anderen schon längst quasi totgeritten ist denn es geht hier um das sogenannte Wall Street Cheat Sheet und das rufe ich jetzt mal auf das gute alte Ding in dem es darum geht was passiert eigentlich in den Köpfen der Investoren abhängig vom Preis eines bestimmten Assets beziehungsweise auch vom Gesamtmarkt und dieses Cheat Sheet ist ja tatsächlich hier von allen möglichen Leuten im Kryptobereich immer mal wieder gezeigt worden und darauf eingegangen worden ich mache das jetzt hier wirklich jetzt nicht lange weil also das ist schon hundertmal gesagt worden was ich jetzt erzähle aber ganz kurz mal den Kontext es geht also darum darum wir haben also hier ein Asset und das ist der Preis des Assets wie er eben quasi in so eine Blase abhebt und dann wieder zusammenstürzt und dann kommt nachher noch so eine Phase die sich quasi immer nur seitwärts bewegt und was passiert hier je höher der Preis geht desto euphorischer werden die Leute also das ist immer so diese typische diese typische Volkskrankheit bei der es darum geht quasi bei high sell low also genauso wie man es eigentlich nicht machen würde aber die allermeisten machen es eben tatsächlich genauso denn als die Preise hier im Kryptomarkt jetzt in den Jahren 2018 und 2019 am Boden waren da hat sich eigentlich kaum irgendeiner mit Krypto wirklich beschäftigt und jetzt in den letzten Jahren also letzten im letzten Jahr in den letzten Monaten sind also immer mehr Leute jetzt in den Kryptomarkt reingekommen wieder und das heißt also im Grunde sind wir irgendwo jetzt hier in diesem Bereich meiner Meinung nach ist das so denn die also es ist definitiv nicht mehr so dass hier Depression das vorherrschende Gefühl ist was den Kryptomarkt angeht oder auch Unglaube dass zum Beispiel die Rally die jetzt hier gerade erst so ein bisschen losgeht ich meine man sieht ja was man hier noch vor sich hat diese Rally das ist eine von vielen scheinbaren Rallys die hier so in diesem unteren Bereich in diesem traurigen Bereich stattgefunden haben wo dann irgendwann die Leute sagen so naja also jetzt gehen die Kurse halt wieder hoch aber so ein richtige so ein richtiger Bullmarkt der ist das nicht der jetzt kommt und das heißt also wir sind hier disbelief und also in dem in der Phase und da sind wir jetzt definitiv auch überhaupt nicht mehr sondern im Gegenteil wir sind auch nicht mehr in dem Bereich Optimismus wo also jetzt die Leute sagen so diese Rally die wir jetzt gerade erleben die ist wirklich echt das ist ja quasi der Optimismus der kommt ja quasi direkt nach der Hoffnung und die Hoffnung die ist ja meistens dann in schlechten Zeiten steht die eher hoch im Kurs also das heißt nein der Optimismus da sind wir jetzt absolut absolut auch gar nicht mehr sondern wir sind hier in dem Bereich Thrill das ist meine Einschätzung Thrill nicht belief belief haben wir auch schon hinter uns das ist also quasi der Zeitpunkt wo jetzt die eingesessenen Investoren quasi sagen so jetzt glauben wir es wirklich es ist wirklich hier ein Bullrun das sehe ich eher so das war vielleicht im Mai letzten Jahres also vor etwa einem Jahr und jetzt sind wir im Bereich Thrill wo im Prinzip jetzt jeder echt Bock hat zu kaufen wo jeder gute Ideen hat wo alle risikobereit sind und in Krypto rein wollen und sich jetzt auch mit Krypto richtig beschäftigen und lernen 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 wie es nur eben geht weil man sieht hier irgendwie oh ich habe hier schon so viel verpasst und jetzt denkt man also der Kurs geht noch weiter hoch ne das ist so mein Gefühl wenn ich quasi mir die YouTube Streams angucke wenn ich mir die Artikel die Blogartikel angucke wenn ich auf Reddit bin es ist wirklich Wahnsinn wie viele Leute plötzlich irgendwie Ahnung von Krypto haben die irgendwie vor einem Jahr da noch gar nicht drüber nachgedacht haben und ähm äh es ist jetzt die ganze Zeit so äh meine Beobachtung auf YouTube wird immer wieder gefüttert und es wird immer wieder erzählt dieser Coin und jener Coin und der hat Riesenpotenzial und hier 10x und da 1000x äh kauft den jetzt so lange günstig ist und das ist auf jeden Fall hier Thrill Territory und ähm äh wir sind noch nicht wirklich in der Euphorie ist so mein Gefühl denn ähm ich weiß also noch von anderen äh Krypto Blasen die ich jetzt so mitgemacht habe ähm da passieren noch ganz andere Dinge die Kurse zum Beispiel sind noch nicht ganz so in diesem äh in der Schlussphase von dem exponentiellen Bereich aber man muss einfach mal ganz ehrlich sein wenn wir jetzt schon an dieser Stelle sind das ist mein Gefühl ne sehr viel besser wird's nicht also es kann tatsächlich noch sehr sehr viel besser werden ich sage ja nicht dass ich Ahnung habe und dass ich irgendwie weiß was jetzt in den nächsten zwei Monaten passieren wird ich rede jetzt quasi davon wie für wie wahrscheinlich halte ich das dass es jetzt noch richtig richtig immer weiter und weiter und weiter hoch geht und da bin ich persönlich eher skeptisch und ähm da bin ich wahrscheinlich nicht der einzige es gibt aber auch ganz bestimmt Leute die anderer Meinung sind und deshalb ich sage ganz klar hört bitte nicht auf mich macht euch ein eigenes Bild ich erzähle jetzt einfach nur mal was ich denke und ich setze das jetzt mal ein bisschen in Kontext und zwar ähm möchte ich mal jetzt hier dieses Cheat Sheet erstmal weg machen weil das haben wir jetzt wirklich alle schon viel zu oft gesehen ähm aber es war nochmal wichtig hier zu zeigen also anhand dieses Dings ähm das hat tatsächlich in den letzten zwei äh Bull Runs nämlich 2017-18 also eher 2018 und 2014 ganz gut funktioniert diese Psychologie die trifft im Kryptomarkt tatsächlich auch zu ich mache das Wall Street Cheat Sheet das gute alte Ding ist für mich tatsächlich die Mutter aller Krypto Narratives und was meine ich jetzt mit Krypto Narratives das sind quasi so Erzählungen das sind so Denkweisen oder Denkmodelle die uns im Krypto Bereich in Fleisch und Blut übergegangen sind und der Hype Cycle aus dem Cheat Sheet ist in der Tat irgendwie quasi das Wichtigste wir alle haben das im Hinterkopf die ganze Zeit äh dass wir also irgendwo zwischen Bear Market und Bull Market hin und her äh schwanken wir haben auch irgendwie äh gelernt dass die dass der Bear Market immer sehr lange dauert und sehr bitter ist und dass der Bull Market eben kurz und heftig ist das heißt der Bear Market zieht sich und zieht sich und der Bull Market der ist immer dann plötzlich da und dann ist er auch wieder plötzlich weg und das ist also eins von diesen Krypto Narratives und es gibt noch mehrere andere da möchte ich jetzt kurz mal was zu erzählen weil es ist tatsächlich glaube ich ein bisschen so dass diese Narratives zwar auf der einen Seite so sind wie Beobachtungen aber auf der anderen Seite dadurch dass sie unser Denken so prägen eben auch unser Handeln prägen und das heißt das sind eigentlich auch so selbsterfüllende Prophezeiungen denn wenn nur genug Leute das Gefühl haben wir sind jetzt am Ende von einem Bull Market dann sind wir wahrscheinlich auch am Ende von einem Bull Market denn es werden viele Leute ihre Strategie dahingehend ändern dass sie mehr auf Gewinnmitnahmen setzen und weniger in so eine Akkumulierungsphase gehen wie jetzt vor einem Bull Market oder am Anfang eines Bull Markets oder vielleicht sogar in der Mitte von Bull Market aber am Ende wenn wir also denken wir sind jetzt am Ende des Bull Markets angekommen dann werden wir natürlich nicht nochmal groß einkaufen sondern dann werden wir eher ein bisschen vorsichtiger sein und wenn also quasi dieses Narrative in unserem Kopf ist und wir alle irgendwie das im Hinterkopf haben dann wird dieses Narrative tatsächlich auch unser Handeln beeinflussen und dadurch wird es sich eben auch selbst bestätigen sondern das ist eine Angelegenheit die sehr wichtig ist dass man das auch versteht denn die es gibt da eigentlich auch wieder verschiedene Wege damit umzugehen nämlich die Frage ist halt ist das jetzt wirklich so ne also es gibt ja nichts auf der Welt das einem jetzt garantiert dass wir wirklich am Ende von einem Bull Market sind es gibt wirklich nichts auf der Welt das einem garantiert dass irgendwie jetzt in nächster Zeit ein Bear Market kommt es kann auch sein dass Krypto einfach jetzt erstmal überhaupt jahrelang überhaupt gar keinen Bear Market haben wird weil einfach das Wachstum so groß ist dass es nicht nennenswert runtergehen wird ob man das glaubt oder nicht ist eine Frage wichtig ist aber glaube ich dass man versteht dass es überhaupt gar nicht darum geht was man selber glaubt sondern es geht darum für wie wahrscheinlich hält man das also das heißt ne wenn ich jetzt überlege ist das so ne sind wir jetzt am Anfang von einem Bear Bull Market also ist das erst der Anfang und es geht noch immer weiter weil jetzt plötzlich die institutionellen Investoren kommen und plötzlich der Bitcoin Welt Leitwährung wird oder keine Ahnung was auch immer man sich denkt wenn man sich vorstellt dass wir also jetzt noch nicht weit fortgeschritten sind im Bull Market sondern dass wir erst am Anfang des Bull Markets sind so da muss man sich fragen ist das wahrscheinlich oder ist das unwahrscheinlich und wenn das also egal ob man sich das wünscht oder ob man das wirklich glaubt oder so wenn man das Gefühl hat das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich dann ist es schon als Investor wichtig seine Strategie auch darauf auszurichten und nicht auf das Wunschdenken hin so und deshalb finde ich es auch sehr spannend einfach mal sich die sogenannten Crypto Narratives anzugucken und eins davon also definitiv ist ja eben der sogenannte Hype Cycle und da geht es darum dass wir im Grunde ein Bear Market haben und ein Bull Market und zur Zeit sind wir definitiv hier ist ja klar also sonst würden die Kurse sich ja seitwärts bewegen und wir nicht jede Woche oder jede zweite Woche gefühlt bei irgendeinem Coin ein neues All-Time-High printen und dann irgendwie kommt schon das nächste und das nächste und das nächste also es ist definitiv hier Bull Market klar auf jeden Fall so in unserem Crypto Narrative was den Hype Cycle angeht Bear Market, Bull Market gibt es auch noch den Crypto Winter das ist quasi der Winter ist das hier und wenn der Bull Market quasi im vollen Gange ist dann mehren sich quasi die Anzeichen dass jetzt bald der Winter kommt und dann sagt man halt Crypto Winter is coming und so und das werden wir glaube ich in nächster Zeit immer öfter hören so der Winter ist in der Regel im Kryptomarkt in dieser Denke länger als der Bull Market also der Bear Market ist quasi lang und der Bull Market ist kurz und das ist auch schon mal ganz wichtig das ist also die Grundlage für unser Denken wenn wir also in diesem Narrative bleiben dann ist der, ich schreibe das nochmal ordentlich hin der Winter zieht sich in die Länge und der Bull Market der ist kurz und heftig und das heißt also wenn wir jetzt im Bull Market sind dann rechnen wir im Crypto Narrative in dieser Denke die quasi uns alle auch prägt eher damit dass der Bull Market jetzt nicht unendlich lange geht sondern dass der kürzer ist als der vorhergehende Bear Market und der vorhergehende Bear Market der ging ja von 2018 bis 2020 und jetzt sind wir eigentlich schon wenn man mal ehrlich ist wirklich ein Jahr im Bull Market und das ist auch ein bisschen der Anlass für dieses Video denn wir hatten ja letztes Jahr gerade als die Rallye so losging ging ja diese ging ja dann das mit Covid und mit Corona los und dann ist Mitte März quasi dieses zarte Pflänzchen von CoS Rallye erstmal komplett kollabiert der Bitcoin ist auf 3500 Dollar vorübergehend vom Preis her gefallen und seitdem haben wir eigentlich ein mehr oder weniger konstantes Wachstum und das ist jetzt schon mehr als ein Jahr also ist in unserer Denke also ist quasi die Denke wir sind jetzt hier der Bear Market der ist zwei, zweieinhalb Jahre gewesen und jetzt ist der Bull Market schon ein Jahr der wird jetzt also nach unserem nach dieser Denke her wird der garantiert nicht noch fünf Jahre weiter gehen sondern im Gegenteil wir sind jetzt eher schon so was dieses Zeitgefühl angeht so am Ende vom Bull Market oder in der Mitte vom Bull Market aber auf keinen Fall am Anfang denn sonst wäre der Kryptowinter vorher wesentlich länger gewesen das ist schon mal das jetzt haben wir ein zweites Narrative und zwar ist das zweite Narrative die sogenannte Old Season und die muss gerade mal neue Seite machen so das ist die Alt Coin Season oder die Old Season sagt man dazu auch und die Alt Coin Season die befindet sich immer nach unserem Krypto Narrative am Ende vom Bull Market was ist die Alt Coin Season die Alt Coin Season ist quasi der Moment wo der Bitcoin seine Dominanz im Kryptomarkt verliert und die Alt Coins aufholen und was dieses Narrative angeht da muss man mal ganz ehrlich sein das ist eigentlich etwas das nicht wie der Hype Cycle auf langen Erfahrungen und auf häufigen Erfahrungen fußt sondern das ist etwas das hat es erst einmal wirklich richtig gegeben und zwar eben 2017 2018 mit Ethereum und der ICO Bubble die also quasi dann im Sommer 2017 losging wo also im Prinzip ein ICO nach dem anderen kam und das war ja die erste wirklich reale Anwendungsmöglichkeit von Ethereum dass man nämlich einfach Coins relativ simpel neue Kryptowährungen relativ simpel rausbringen konnte und das dann eben auch genutzt hat um Projekte neue Projekte zu finanzieren und da ist ja dann irgendwann quasi die Fantasie mit den Anlegern durchgegangen und die haben also am Ende dieser Alt Coin Season wirklich alles möglich gekauft was irgendwie gerade auf den Markt kam weil alle dachten das geht durch die Decke der Kurs geht durch die Decke und ich muss noch früh einsteigen also FOMO und diese Alt Coin Season die ist quasi eigentlich immer am Ende vom Bull Market weil der Bull Market wie funktioniert der Bitcoin geht hoch Bitcoin geht immer weiter hoch irgendwann bekommen die Mainstream Medien und die Retail Investoren also die normalen Leute sagt man ja dann kann man ja so sagen die nicht schon dauernd im Kryptobereich sind Wind davon die Presse berichtet davon es kommt immer mehr über Bitcoin raus zum Beispiel im Fernsehen oder in den ganzen Online Medien und so und manche berichten negativ manche berichten positiv jedenfalls es wird andauernd über Bitcoin gesprochen und gesprochen und die Leute fangen an sich dafür zu interessieren gehen in den Bitcoin rein und also wollen den kaufen fragen sich wo kriege ich den und so melden sich auf den Börsen an und all das haben wir auch schon gesehen und dann haben alle die Bitcoins und dann ist die Frage so was mache ich jetzt was kommt als nächstes und dann wechselt so langsam aber sicher der Fokus auf die Altcoins denn es ist ja nur menschlich dass man einfach irgendwie wenn man eine Sache dann erstmal richtig verstanden hat und wenn man da also beziehungsweise man glaubt man hat sie richtig verstanden und man dann möchte man natürlich mehr und Neues und dann kommen natürlich kommen natürlich die Altcoins ins Spiel das heißt also man liest zum Beispiel auch in der Bild-Zeitung immer mal wieder jetzt was sind die besten drei Kryptowährungen die man kaufen kann sollte und dann gibt es eben die Tipps und dann ist es natürlich immer Bitcoin als erstes oder manchmal ist auch der Artikel was kann man noch kaufen außer Bitcoins die besten drei Altcoins und dann ist das eben Ethereum Polkadot und noch irgendwas anderes je nachdem und die das heißt also dann wandert quasi die Aufmerksamkeit von Bitcoin in die Altcoins und dadurch gehen die Altcoin-Kurse hoch Bitcoin-Kurs geht ein bisschen runter beziehungsweise bleibt stabil und da verschiebt sich also quasi die da verschiebt sich also die sogenannte Bitcoin-Dominanz also die Zahl wie der Bitcoin den Markt beherrscht die Prozentzahl die verschiebt sich in Richtung Altcoins das ist die Altcoin-Season und die ist am Ende vom Bull-Market und das ist etwas was wir meiner Meinung nach zur Zeit auch schon beobachten das heißt wir sind hier im definitiv in dem Bereich vom Bull-Market wo wir jetzt hier schon einen großen Teil des Bull-Markets hinter uns haben die Altcoin-Season die ist ja eigentlich auch schon ein bisschen länger und jetzt hier auch ganz wichtig man darf das alles nicht zu ernst nehmen weil der Markt ganz wichtig macht was er will der interessiert sich überhaupt nicht für unsere Vorstellung was der Markt macht der interessiert sich nicht für die Narratives der interessiert sich nicht für unsere Psychologie denn jeder Black Swan jedes Black Swan Event jeder große Player der in den Kryptomarkt neu reinkommt kann alles verändern aber es geht wie gesagt um Wahrscheinlichkeiten und die Frage ist wie wahrscheinlich ist das dass das passiert und da muss ich sagen mein Gefühl ist Altcoin-Season ist tatsächlich schon da es gibt jetzt zahlreiche Versuche diese Kryptomarktpsychologie irgendwie messbar zu machen zu versachlichen unter anderem durch Metriken wie zum Beispiel dieser Bitcoin Rainbow Chart hier das ist ein solcher Versuch hier wird quasi der Bitcoin Preis über die Zeit mit den ganzen Ausschlägen nach oben und nach unten eingezeichnet in so einen Regenbogen und der Regenbogen die Farben des Regenbogens die repräsentieren quasi so die psychologischen Stadien in denen wir uns befinden das ist hier jetzt nicht wirklich identisch mit dem Wall Street Cheat Sheet aber es ist doch sehr ähnlich es geht hier vom Maximum Bubble Territory zu Basically a Fire Sale das ist also so quasi die Psychologie der Kryptoinvestoren die so sagen bei Blau hier im unteren Bereich ist man kriegt den Krypto fast geschenkt also den Bitcoin fast geschenkt bei dem Preis gefühlt und wenn man hier im roten Territorium ist dann weiß man so jetzt sind wir allmählich am Ende von dieser von der aktuellen Blase vom aktuellen Bull Run und da sieht man also dass diese Metrik hier scheinbar ziemlich genau bestimmt wann welcher Marktzyklus dran ist das könnte aber und deshalb zeige ich das hier auch natürlich daran liegen dass dieser Chart so gemacht ist dass es so aussieht also dieses dieser Sektor der hier von der roten und der blauen Fläche hier bestimmt wird also von dem Regenbogen bestimmt wird der kann ja auch der ist mit Sicherheit irgendwie nachträglich so rechnerisch gemacht worden dass also diese Ausschläge mehr oder weniger gut hier reinpassen aber es ist immer also diese Sachen sind immer so eine Mischung also man muss irgendwie ein bisschen überlegen wie sehr glaubt man das hier und wenn man jetzt diesem Chart hier folgt dann sind wir eben schon eher so in diesem Orangen-Bereich das heißt also die Frage ist hier die hier aufkommt ist ist das Bubble also wir sind bei 54.549 Dollar und wir sind also jetzt durchaus nicht mehr in dem Bereich wo alle das Gefühl haben dass der Bitcoin wirklich ein Schnäppchen ist und sobald wir also hier in diesen roten Bereich vorstoßen wird die ganze Stimmung wahrscheinlich auch kippen dahin dass man also sagt so jetzt sind wir hier quasi am Ende von diesem Bullrun und bald geht es wieder runter und jetzt müssen wir hier wirklich mal also auch hier sagen man sieht hier deutlich die blauen Phasen sind wesentlich länger als die roten Phasen die roten Phasen sind immer nur ganz kurz dass das also ganz kurz da rein piekt und dann geht es wieder runter während die blauen Phasen also die kälteren Farben hier des Regenbogens die halten halt länger an so das heißt wenn wir hier also im orangen Bereich sind und es irgendwann tatsächlich wieder hoch geht in den roten Bereich dann wird das eher ein kurzer Zeitraum sein eine andere ganz spannende Metrik ist die sogenannte Bitcoin Dominanz damit ist gemeint dass normalerweise in den allermeisten Zeiten der Bitcoin einen größeren Marktanteil am Kryptomarkt hat als alle anderen Kryptowährungen zusammen das heißt der Marktanteil von Bitcoin liegt normalerweise bei über 50% und das ändert sich in der Altcoin Season da geht der Bitcoin Marktanteil auf unter 50% runter und man sieht hier auch an diesem Schaubild ganz gut das was ich so eingangs gesagt habe diese Altcoin Season der Begriff der Altcoin Season den kann man eigentlich gar nicht richtig anwenden auf die ganzen Zeiten vor 2017 2018 weil man sieht ja hier also da war der Marktanteil von Bitcoin nicht wirklich also der war schon bei über 50% aber eher so bei 80 bis 70% und das ist also quasi wirklich eine totale Bitcoin Dominanz in der Zeit gewesen das lag aber daran dass es auch eigentlich fast überhaupt keine Altcoins gab zum Beispiel ist ja Ethereum auch erst 2015 auf den Markt gekommen und man sieht hier also der Ripple hat hier irgendwann mal 2015 einen relativ hohen Marktanteil erreicht das waren also noch immer unter 15% also hier ist wirklich nichts dem Bitcoin gefährlich geworden man kann also eigentlich von Altcoin Season erst ab 2017 sprechen und das heißt es hat eigentlich bis seitdem im Grunde wenn man mal ehrlich ist nur eine echte Altcoin Season gegeben nämlich 2017 bis Anfang 2018 wo plötzlich also die Bitcoin Dominanz von über 80% runtergegangen ist auf fast unter 40% im Juli das ist also die Zeit gewesen mit der ICO Bubble wo gefühlt alle paar Tage ein neuer ICO war das Ganze auf Basis von Ethereum das hat natürlich dazu geführt dass der Marktanteil von Ethereum sehr hoch gegangen ist die beiden Marktanteile haben sich hier phasenweise sogar sehr deutlich angenähert man sieht hier also 37,84% Bitcoin und Ethereum 31,17% man hat in der Zeit also auch von dem Flippening gesprochen das möglicherweise passieren könnte also dass Ethereum den Bitcoin überholt das hat sich aber wirklich nie ereignet und die Bitcoin Markt Dominanz hat sich ja dann auch über die Zeit wieder erholt so und jetzt sind wir hier heute zum heutigen Zeitpunkt also wir sehen ja hier seit Januar 2021 einen deutlichen Abwärtstrend was die Bitcoin Marktdominanz angeht und das bedeutet eben dass wir jetzt hier nach dieser Metrik tatsächlich am Anfang einer Altcoin Season stehen und weil die Altcoin Season am Ende eines Bull Markets steht ist also das ein Zeichen dafür dass wir am Ende des Bull Markets angekommen sein könnten bei diesen Metriken ist jetzt wichtig zu verstehen dass die eigentlich erst im Nachhinein erfunden wurden das heißt also die Altcoin Season die Bull Markets gegangen und dann später erst die Altcoins und man hat auch dann gesehen also Altcoin Season ist am Ende eines Bull Markets und danach hat man also quasi eine Metrik entwickelt wie zum Beispiel die Bitcoin Dominanz mit deren Hilfe man die nächste Altcoin Season vorhersagen kann es ist aber natürlich so dass diese Metriken dadurch eben eigentlich nur suggerieren dass sie etwas vorhersagen in Wirklichkeit ist es aber eine Metrik die im Rückblick entwickelt wurde also heißt das dass die man sich auf diese Metriken nicht absolut hundertprozentig verlassen kann das sind also jetzt nicht wissenschaftliche Daten mit einer Formel dahinter die eine präzise Vorhersage treffen könnten sondern es ist tatsächlich einfach nur ein Hilfsmittel mit dem man also eine Wahrscheinlichkeit einfügen kann in seine Überlegungen also man kann zum Beispiel anhand dieser Bitcoin Dominanz Grafik in seine Entscheidung einfließen lassen dass womöglich jetzt eine Altcoin Season demnächst kommt nach dieser Metrik so wie es jetzt aussieht wie ich gerade gezeigt habe sieht das wohl so aus dass jetzt die nächste Zeit eine Altcoin Season ist aber nichts auf der Welt garantiert einem dass sich auf beide Szenarien vorbereitet und das habe ich jetzt gemacht also ich habe jetzt mein Portfolio komplett umstrukturiert um mich darauf einzustellen und das möchte ich jetzt als nächstes mal zeigen wie mein Portfolio jetzt aussieht in meinem Portfolio befinden sich so alle möglichen Coins das ist ein ganz schön bunter Zoo und den habe ich jetzt mal aufgeteilt in verschiedene Bereiche unter anderem eben die Altcoins in zwei Bereiche das ist der Altcoin Bereich 1 also steht das jetzt hier das sind quasi alle die Coins die ich jetzt in den letzten Monaten so akkumuliert habe nämlich den darunter zählt dazu zählt zum Beispiel so aus diesen Plattformen von Anfang als ich auch das DeFi Tutorial gemacht habe zum Beispiel den Egg Token habe ich ja bei Goose Finance irgendwie geharvestet und Alloy und Hyper kommt von Hyperjump da hat auch nicht alles geklappt die Tokens habe ich aber behalten und da unter anderem auch der Eis der Blizzard und ich habe irgendwie auch so einige Tokens noch aus dem DeFi Sommer vom letzten Sommer übrig und auch aus dem Herbst also ich habe immer mal wieder so einiges an Tokens gekauft beziehungsweise auch gehavestet und die liegen noch in meinem Portfolio zumindest bis jetzt das sind alles Tokens die ich zur Zeit nicht benutze also die liegen einfach nur rum auch die Plattformen verwende ich nicht mehr und die sind einfach so da und bei diesen Tokens gehe ich auch davon aus dass die quasi dass die den nächsten Bear Market nicht wirklich überstehen werden also die Plattformen werden den nächsten Bear Market wahrscheinlich nicht überstehen das sind so diese klassischen Yield Farming Plattformen die ich nehme an also wenn jetzt quasi ein Bear Market in den nächsten Monaten kommen würde der würde ja auch ein paar Jahre gehen dann wird natürlich im nächsten Bull Market es nicht mehr alles um DeFi und Yield Farming Handeln wir sind ja dann drei Jahre weiter oder zwei Jahre weiter als jetzt da werden ganz andere Themen aktuell sein das sind also Tokens die nach meiner persönlichen Einschätzung wenn sich die Plattformen nicht entscheidend verändern erstmal so keine Zukunft mehr haben werden und diese Tokens die habe ich tatsächlich alle verkauft jetzt und das größtenteils auch mit Gewinn ich muss dazu sagen es gibt den einen oder anderen Token wie zum Beispiel der Spartan den habe ich nicht verkauft weil der nämlich auch nicht im Plus ist ich habe nur verkauft wenn diese Tokens auch im Plus sind das waren aber fast alle manche von denen habe ich erst vor kurzem bekommen die hatten noch keine Chance im Preis zu steigen da lohnt es sich einfach nicht die zu verkaufen die habe ich behalten aber das allermeiste von denen habe ich wirklich komplett verkauft aus diesen Dingen bin ich jetzt raus den Gewinn habe ich und den kann mir jetzt auch keiner mehr weg nehmen dann gibt es einen zweiten Bereich von Altcoins das sind quasi die Altcoins die ich die zu Plattformen gehören die ich sehr regelmäßig verwende das sind also Plattformen bei denen ich logischerweise kurzfristig zumindest auch Bullish bin denn wenn ich nicht Bullish wäre würde ich die Plattform nicht verwenden beziehungsweise umgekehrt da ich die Plattform verwenden haben die für mich ganz subjektiv einen Nutzen und dieser Nutzen das heißt also für mich ich stehe dahinter ich glaube dass diese Plattform jetzt in den nächsten Monaten weiter performen werden vor allem durchaus noch mal weiter im Wert steigen wird denn es kommt ja jetzt auch Uniswap V3 raus in 2-3 Wochen ist das angekündigt ich gehe davon aus dass der Uniswap also nicht weiter nicht fallen wird er wird weiter steigen genau wie der OneInch der Synthetix Synthetix benutze ich um einen Euro Stablecoin zu verwenden dann der Venus Token XVS Compound Aave Maker ihr wisst also auch jetzt aus meinen Videos dass ich diese Plattform tatsächlich immer wieder selber verwende deshalb habe ich auch deren Tokens in meinem Portfolio aber ich habe auch noch Assets in meinem Portfolio das sind die nenne ich dann die sogenannten Basis Assets das sind Assets wie zum Beispiel der Bitcoin der Ether der ADA von Cardano der DOT von Polkadot das sind also quasi jetzt Blockchains die Tokens gehören zu den Blockchains dazu und das sind Assets die ich auf jeden Fall hodle zumindest zu einem großen Teil die werde ich überhaupt nicht anfassen ich habe bei manchen von den Assets vor allem beim Ether habe ich so gemacht die Hälfte davon ist in meinem Hodel Portfolio und das Hodel Portfolio das ist quasi so dass ich da nicht rangehe die Dinger sind quasi da festgelegt die werde ich nicht anfassen egal was passiert Diamond Hands festhalten wo es nur eben geht das ist mein Hodel Portfolio und was ich jetzt gemacht habe ist ich habe dann noch ein Supply Portfolio das sind auch Basis Assets und zwar sind das die Basis Assets Ether BNB Matic und ADA das Supply Portfolio das ist sozusagen die Grundlage für meine Yield Farming Strategien die ich auch gleich noch mal im Detail erkläre weil auch die habe ich ein bisschen angepasst auf die neue Marktsituation die ich vermute die jetzt kommt das heißt also ihr seht ich habe den Ether in beiden Portfolios im Supply Portfolio fürs Yield Farming und im Hodel Portfolio da habe ich genau 50-50 gesplittet 50% von meinen Ether die behalte ich da gehe ich nicht ran das ist meine eiserne Reserve genau wie der Bitcoin genau wie der ADA und der Polkadot da werde ich nicht rangehen aber vom Ether habe ich die andere Hälfte eben in mein Yield Farming Portfolio getan mit dem arbeite ich jetzt einfach um auch an der Stelle demnächst ein bisschen Gewinne mitzunehmen wie genau das geht zeige ich jetzt gleich was habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt die von diesen Altcoins 2 also von den Altcoins die zu den Plattformen gehören die ich regelmäßig verwende werde ich jetzt ein Drittel auch in mein HODL Portfolio überführen also das heißt alle diese das sind ja diese DeFi großen DeFi Plattformen die werde ich davon werde ich ein Drittel behalten auf jeden Fall die kommen ins HODL Portfolio weil die meiner Meinung nach in irgendeiner Form auch den nächsten Bear Market überleben werden die Plattform wahrscheinlich kann natürlich sein dass das nicht der Fall ist kann sein dass sich das Narrativ total ändert und DeFi in 3-4 Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielen wird das Risiko gehe ich ein ich glaube an die Zukunft dieser Plattform deshalb ein Drittel von denen kommt in mein HODL Portfolio und die anderen 66% die übrig sind also der Rest 66 so und so viel die sind also 67% die gehen in die werde ich dann jetzt über die nächsten zwei Monate oder sechs Wochen nach und nach in kleinen Schritten verkaufen sofern die Tokens da auch Plus machen also wenn diese Tokens sich nicht im Wert weiterentwickeln dann ist ja die Altcoin Season quasi abgesagt das ist dann keine Altcoin Season und dann macht es auch keinen Sinn die zu verkaufen weil da habe ich auch keine Gewinnmitnahme Effekte das ist also der Plan B von dem ich gesprochen habe ich werde die jetzt nicht alle sofort verkaufen das wäre sowieso blöd weil jetzt wenn jetzt Altcoin Season kommt steigen die ja noch im Wert ich werde die aber auch nicht jetzt quasi wenn die um 50% hoch gehen oder sowas mir da so irgendwelche Kursziele setzen wo ich die verkaufe sondern ich werde einfach jetzt Daten festlegen und sagen ich verkaufe am 10.5 am 15.5 am 20.5 und so weiter immer einen Teil von denen bis zum 10.6 und hoffe darauf dass sie weiter steigen aber ich werde mir an den jeweiligen Daten die Kurse angucken und wenn da eben nichts passiert ist wenn sich nichts getan hat dann werde ich auch einfach weiter hudeln bis zum 10.6 sind die aber wahrscheinlich dann alle weg bis auf natürlich die 33% die im Hodel Portfolio sind so und die Basis Assets aus meinem Supply Portfolio die werde ich jetzt als Supply bei Venus bei Aave bei Cream und bei Compound hinterlegen um mir dann von da aus wieder entsprechende Darlehen zu nehmen mit denen ich dann meine Yield Farming Strategie mache und jetzt zeige ich euch noch meine Yield Farming Strategie für die nächsten zwei bis drei Monate meine Yield Farming Strategie für die nächsten zwei bis drei Monate sieht jetzt so aus dass ich also die Assets die ich eben als die Supply Basis Assets bezeichnet habe das ist ja der BNB der Ether der Matic und dann kommt vielleicht noch der Avalanche hinzu dass ich die jetzt als Supply nehme bei Lending Plattformen wie zum Beispiel Venus , Liquity Aave Compound und so weiter um dort also im Grunde diese Assets als Sicherheit einzulegen um mir dann Stablecoins zu leihen und diese Stablecoins die werde ich dann wiederum überführen in entsprechende Stablecoin Pools die mir eine APY bringen das ist aber eigentlich nur ein ganz netter Bonus das muss man gar nicht es ist einfach nur wichtig dass bei der Strategie die ich habe da geht es um Gewinn Mitnahme das heißt also ich möchte jetzt nicht sofort meine BNBs oder meine Ether oder Matic verkaufen weil es ist ziemlich wahrscheinlich dass die auch für mich sehr wahrscheinlich dass sie jetzt in der Altcoin Season im Wert steigen werden also jetzt zu verkaufen wäre eigentlich total falsch wenn ich aber gar nicht verkaufe dann habe ich das Problem dass ich immer abpassen muss wann ist das nächste Alltime High ist das dann schon gewesen wenn es danach wieder runter geht oder geht es dann nochmal hoch und um das Ganze ein bisschen zu automatisieren und vor allem auch zu versachlichen denn in einer solchen Altcoin Season wo die Altcoins also im Kurs sehr stark steigen werden da kommt natürlich irgendwann auch die Gier ins Spiel und auch bei mir und um das ein bisschen auszuschalten habe ich mir das eben jetzt durch einen Automatismus versachlicht und dieser Automatismus der funktioniert also folgendermaßen ich lege also jetzt diese Basis Assets BNB Ethermatic ein bei den Lending Plattformen als Sicherheit und laie mir dafür Stablecoins BUSD LUSD und USDT wobei das kann dann eben auch der DAI sein oder ein anderer Stablecoin die ich habe jetzt hier mal also diese drei Blockchains auf denen ich tatsächlich jetzt zur Zeit noch arbeite aufgeschrieben das ist zum einen also die Binance Smart Chain dann nehme ich Venus als Landing Plattform aber auch Cream und bei Ether ist es zur Zeit Liquidity und bei Polygon habe ich zur Zeit verwende ich zur Zeit Aave und diese Basis Assets die also zu den jeweiligen Blockchains dazugehören der BNB bei der Binance Smart Chain der Ether bei Ethereum und der Matic bei Polygon die liegen also im Supply daraufhin dafür leie ich mir dann eben BUSD und ich habe jetzt hier als rote Linie eingezeichnet die mein Borrow Limit das ist im Prinzip also der die das ist die Menge also der Wert in Dollar den ich mir leihen kann und das ist immer ein Teil von dem Supply also das heißt zum Beispiel 80% oder 70% kann ich mir maximal von dem Supply den ich eingelegt habe in Dollar leihen und der diese Linie zeigt jetzt also im Prinzip an bis wo ich mir ausleihen kann und da werde ich sehen dass ich immer so 80% vom Borrow Limit ausfülle ich werde also dafür sorgen dass wenn jetzt zum Beispiel der BNB oder der Ether oder der Matic im Kurs steigt dann ist ja der Wert meiner Einlage höher und das heißt also ich kann mir auch mehr entnehmen und ich werde also jetzt dafür sorgen dass meine Entnahme immer bei 80% von meinem Supply liegt das heißt also wenn jetzt die Kurse steigen dann kann ich mir immer mehr Stablecoins entnehmen und diese Stablecoins die werde ich auch nach und nach in entsprechende Stablecoin Pools überführen und die Stablecoin die in den Stablecoin Pools drin sind die kann mir keiner wegnehmen denn auch wenn jetzt hier in dieser Strategie dass der Kurs vom BNB zum Beispiel wieder fällt und ich also im Prinzip unter diese Liquidierungslinie falle also wenn jetzt meine Assets unter die Liquidierungslinie fallen das heißt also wenn eine Liquidierung stattfindet dann bleibt der Bestand im Stablecoin Pool weiter bestehen der ist unverändert denn das habe ich ja entnommen und das heißt also jetzt hier bei dieser Strategie dass der Gewinn den ich irgendwie über die nächsten Monate nach und nach entnehmen werde vorausgesetzt die Basis Assets die steigen wirklich im Wert vorausgesetzt also wir haben wirklich eine Altcoin Season dann wird ja irgendwann auch ein Preis Rückgang wieder passieren spätestens dann wenn die Altcoin Season vorbei ist und dann wird mein Stand vom BNB vom Ether und vom Matic durch die Liquidierung reduziert meine Schulden auf der Plattform gehen dabei natürlich auch runter durch die Liquidierung aber meine Entnahme im Stablecoin Pool die bleibt konstant und damit habe ich also quasi den Gewinn den ich hier aus der Altcoin Season mitnehmen kann maximiert denn ich werde jetzt immer wieder wenn der Kurs steigt Entnahmen machen in den Stablecoin überführen sodass also meine Position im Stablecoin Pool immer größer wird über die nächsten Wochen das ist zumindest der Plan so was passiert wenn jetzt die Altcoin Season nicht kommt dann passiert eigentlich gar nichts weil ich habe mein Supply bei Venus eingelegt der wird im Wert nicht steigen der wird vielleicht im Wert ein bisschen sinken dann wird da vielleicht auch meine dann wird eben bei Venus auch gar nichts passieren nur ehrlich gesagt im Krypto Bereich habe ich das noch nie erlebt dass tatsächlich über zwei Monate gar nichts passiert es wird also spannend und wir schauen mal wie sich das Ganze entwickelt wenn euch dieser Mechanismus hier weiter interessiert und ihr mein letztes Video noch nicht geguckt habt schaut euch das einfach an da habe ich genau im Detail erklärt wie das Ganze hier funktioniert das ist im Prinzip also so eine Art Trailing Stop Loss Order die ich hier mache denn quasi es wird mein Gewinn wird quasi immer weiter abgesichert während die Kurse steigen und wenn die Kurse runter gehen irgendwann dann bleibt mein Gewinn bestehen und meine Position wird automatisch nach und nach aufgelöst um meine Position besser überwachen zu können hat sich bei mir in der durchgesetzt das ist eine Webseite die mir im Prinzip alle meine Assets aufstellt die schaut also ich kann hier quasi meine Wallet Adresse hinterlegen und die diese Seite hier die untersucht dann die Blockchains auf denen ich zumindest zur Zeit arbeite das ist Ethereum Binance Smart Chain und Polygon die untersucht diese Blockchains und schaut nach wo da meine Assets liegen wo ich welche Assets habe stellt die hier auf besonders praktisch ist das ist zum Beispiel bei den Lending Plattformen wird mir hier eine Health Rate angezeigt die das hier zum Beispiel bei Venus habe ich eine Health Rate von 1,30 bei Aave habe ich eine Health Rate von 1,43 und dann wenn ich noch die anderen Plattformen hier jetzt in diesem Portfolio nutzen würde wird das eben hier auch entsprechend angezeigt die Health Rate die sagt mir wie viel von meinem Borrow Limit ich schon ausgeschöpft habe das ist also ein bisschen andersrum gerechnet als wenn ich jetzt sage ich habe 80% von meinem Borrow Limit ausgeschöpft sondern die sagt einfach aus wenn diese Health Rate auf 1 sinkt dann bin ich quasi bei 100% von meinem Borrow Limit und dann findet die Liquidierung statt die Liquidierung das hatte ich ja gerade auch erklärt die interessiert mich aber im Moment nicht die nächsten 2-3 Monate werde ich die Liquidierung einfach in Kauf nehmen ich werde mich da nicht drum kümmern denn das hilft mir ja quasi meinen Stop Loss Order laufen zu lassen denn wenn eine Liquidierung stattfindet heißt das ja dass meine Assets bei Venus mein Supply bei Venus sicher ist sondern ich möchte stattdessen lieber den Fokus darauf legen mein Supply möglichst hoch zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen und diese Health Rate die hilft mir dabei denn es geht mir jetzt nicht darum zu überwachen dass die Health Rate möglichst also dass ich die möglichst nicht auf 1 fallen lasse denn das ist okay Liquidierung darf stattfinden sondern ich schaue einfach nach bin ich bei höher als 1,3 und wenn ich bei höher bei mehr als 1,3 bin dann gehe ich zu dieser Plattform wie hier zum Beispiel bei Aave und werde nochmal eine neue Entnahme machen bis ich bei der Health Rate wieder auf 1,3 bin also hier kann ich jeden Tag überwachen habe ich noch Spielraum für eine Gewinnentnahme wenn ja dann mache ich das schaue dann am nächsten Tag oder nach zwei Tagen nochmal nach ob weiter Spielraum entstanden ist und diese Entnahmen die tue ich dann eben in meine Stablecoin Pools hier sieht man zum Beispiel dass das auf Binance Margin zur Zeit bellt ist das kann aber auch Ellipsis werden das kann aber auch Nerf werden es gibt ja verschiedene Stellen wo man seine Stablecoin staken kann zur Zeit 30% APY die ist mich natürlich über die 30% aber wenn das jetzt auf 20% geht oder auch auf 50% das ist mir nicht wichtig denn was mir wichtig ist das ist dass ich die Stablecoins einfach irgendwo hingelegt habe wo sie sicher sind denn das sind meine Gewinne und mit diesen Gewinnen werde ich dann später im Bear Market wieder einkaufen gehen so das war jetzt also von meiner Seite meine Yield Farming Strategie und mein Portfolio für die nächsten zwei Monate in denen ich davon ausgehe dass wir in eine altcoin season gehen ich habe mich also jetzt darauf vorbereitet dass jetzt eine altcoin season kommt und habe auch einen plan b falls die altcoin season nicht kommt und diese strategie die ich hier vorgestellt habe die hilft mir flexibel auf diese unterschiedlichen Marktsituation zu reagieren ich eine Strategie zu entwickeln für die nächsten zwei drei Monate es muss tatsächlich nicht das sein was ich mache ich bin ja jetzt auch quasi letzten Sommer schon auf Einkaufstour gegangen ich hatte eine echte Akkumulierungsphase jetzt in den Quartalen drei und vier von 2020 und die da werde ich jetzt also die Gewinne mitnehmen aber wenn man jetzt zum Beispiel das nicht gemacht hat letztes Jahr dann ist es natürlich auch nicht unbedingt sinnvoll jetzt schon Gewinne mitzunehmen aber ihr müsst eben einfach einen Weg finden wie ihr selber mit dieser neuen veränderten Marktsituation umgeht mich würde interessieren wie ihr das macht schreibt das bitte in die Kommentare rein lasst andere auch daran teilhaben versucht anderen dabei zu helfen eine eigene Strategie zu finden und ich freue mich natürlich über ein Like über ein Subscribe das hilft meinem Kanal dass das ist eine unglaubliche Motivation genau wie Kommentare sind immer toll dann weiß ich dass meine Videos auch geguckt werden vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich dann aufs nächste Mal bis dahin